Also ich würde sagen, aber bei Pram muss man schon nochmal eine Kategorie dazwischen einführen, ne? Aber wen spielt Paul? Ach. Ich weiß es nicht. Ne, ich auch nicht. Wie ist das? Warte mal. Ich glaube nicht Blitzcrank. Definitiv dich sieht's Crank. Machst du Top-Lane oder Bot-Lane, Jungle? Gehst du Blue oder Red? Ich würde jetzt versuchen am Anfang nicht zu sterben. Ich würde unten den Pool mitnehmen und dann nach oben gehen. Kann dann einer sich irgendwo hierhin stellen oder so? Dann kann ich Pflanzen generieren. Das ist wieder einen schönen Pool. Oh, den verkack ich bestimmt. Hey Jay, mach mal die Szene. Oh Jay, mach mal die Szene. Jaaaa, ist ja kein Problem. Guck mal, den nur am Stream snipen, direkt. Weißt du, das war ja nicht mal mit Delay. Ja, ich glaube er liest den Chat. Alles gut. Ich fang Blue an. Sorry Chat. Hey, zeig mal deine Szene, schreiben die. Alter! Blitzcrank, Blitzcrank kommt. Weg da Sepp. Sepp, Vorsicht. Ne, 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 Freundchen. Das finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Mach mal trotzdem. Ist die da immer noch drin? Ja, ich glaube ich würde da unten jetzt nicht bleiben. Darauf machen wir trotzdem. Okay. Wir können den ja links rausholen. Die haben nur gewordert, damit hier... Ah ja, Moment. Easy. So, jetzt ist safe. Wir waren gar nicht hier. Wo habt ihr die gesehen? Die Gädelweißerchen. Wollen wir den holen? Der will den Red nur raussuchen. Wir müssen erst blocken. Scheiße. Ja, der ist schön asozial. Ja komm, mach die Pflanzen already und dann ziehe ich den weg von ihm. Zu früh, aber passt. Zur Not... Der wird vielleicht nochmal kommen. Nur haben mehr Kandalu. Komm Sepp, lauf schon mal zu Dingens. Warte, deine Pflanzen... Ja, okay, nice. Der hilft ihm noch ein bisschen. Ja. Ja. Die ersten drei Minuten sind schon weg. Ja, deswegen. Ja, war blöd. Finde ich aber auch krass, dass wir so einen Try haben. Ja, das ist eine Frechheit zu haben. Dafür werden die jetzt aber auch richtig gepanischt. Um was es hier für die geht. Ey, das ist ja insane. Ey, geht's um die League of Noobs Weltmeisterschaft. Genau. Die Schlechten der Schlechten Duellieren sind. Und Joddy. Die kommen glaube ich alle zu mir gerade. Ich geh da mal so viel raus, ne? Hast du ihn gefressen? Ja, ja, den Red habe ich. Den habe ich mir gegönnt. Aber ich weiß noch nicht, ob das so ganz gut war. Aber auf einmal sind alle losmarschiert. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen. Ohhhh. Da habe ich mich vielleicht weiter aus dem Fenster gelebt mit Dikandas. Autschi. Ohhhh. Was ist denn? Level 2 jetzt. Vorsicht. Das war interessant. Da ist trotzdem Level 2. Kannst du Bram rauspushen? Klar. Weil der Kampf um die Karte geht jetzt. Sie wird top Karte gehen. Ja, ich habe nicht so viele Müll. Ja, ich versuche die gerade ein bisschen nach oben zu drücken. Ja, ne? Mit Blitzkrankungen. Ich glaube ich wurde erstmal aufgedeckt. Alles gut, alles gut. Mitte fehlt, Mitte fehlt, Mitte fehlt. Da ist sie. Aber war zu spät. Ich gehe auch trotzdem direkt runter. Wenn du sie jetzt nicht über die Mitte lässt, kann ich sogar die Wölfe noch mitnehmen. Warte auf, du bist zu mir! Achso, hat die Vorneurscheugung. Ja. Bisschen weird. Warum auch immer Bram von der Mitte weg ist. Er wartet noch 100 Gold ab. Ich kann natürlich was kaufen. Könnte sein. Nice, Sepp. Gut gedocht. So nicht mein Freund, das wird so offensichtlich. Oh, ei, jetzt verstehe ich die Problematik dieses Champions. Kommt hier in den, kommt in den Busch, kommt in den Busch, kommt in den Busch. Ah, die werden nie in den Busch gehen. Nee, warum sollten sie? Wir können hier richtig viel zornen. Hallo. Hallo. Ja, du machst das ganz gut. Paul traut sich irgendwie als Bitsi noch nicht so viel zu. Ja, sie hat ein Ward gesetzt. Mit Schwand kann ich farmen. Ihr habt auf jeden Fall gute Vision im River oben jetzt. Hm. Den Dicken kriegst du nicht. Oooooooh, Sherry. Den Dicken hast du vielleicht doch bekommen. Da kam der Hit noch hinterher. Vielleicht sterb ich hier oben. Sehr geil. Ah, nevermind. War das eine Pflanze, die gerade gesagt hat, hallo? Nee, nee, nee. Aber guckst auch mal rein. Pass auf den. Ah, ich hab bisschen Angst. Okay. Alles gut. Paul weiß, was gut für ihn ist. Hm. Ja, sehr lange gehen wir back. Wir haben jetzt natürlich wieder, wenn ich 1-3 hab. Ich mein, ich kann den Kennen halt nicht killen, wer da versucht sich zu killen, ne? Also. Wie läuft's denn bei dir da oben? Ja, das läuft gut. Ja, das läuft gut. Aber ich hab schon wieder gefühlt, wie das gemeint ist. Aber der versucht mich halt zu töten, ne? Ich mein, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht nix tun, ne? Puschen die Lane mal rein, Jay, und dann komm mal zurück. Also hau alles Mana raus, was du hast, dann... Okay. Schnappen wir uns, Bram. Schönes Ding. Alter Sepp. Hast du Panik? Gar nicht, ich stand gerade am Tor und hab den Tor mit abgekriegt. Drei Viertel Leben. Weil ich hatte Tower-Agro. Ja, stimmt. Hast du gut gemacht? Er hat aber nicht geflasht, ne? Ne, ne. Er hat ja noch sein Spell-Shield. Ich häng auch ein bisschen zurück. Ein Ding, ist alles okay. Der Peppy. Not even, Frau Habe. Ah, 2-0 steht's. Ist doch schon mal ein guter Start, ey. Ja. Ja, vor allem, weil ja... Seht der eine den Bram? Was machst du denn eigentlich, Toplane? Stehst du da nur rum und machst gar nix? Oder kannst du auch irgendwie Schaden machen? Naja, wenn ich aus dem Bullsstand greife, hab ich ranged. Aber das Ganze ist ein bisschen clunky, was sich darauf ausgelegt ist, um eine Lane zu spielen. Ja. Das heißt, die meiste Zeit bin ich mit dieser scheiß Game-Mechanic beschäftigt. Versuche verzweifelt, Range zu kriegen, um diese scheiß Minions zu last hitten. Als der recht frisch war, ja. Und ich, lol, mal für eine kurze Zeit wieder gezockt habe. Da hab ich den einmal kurz gejungelt. Und ich hab ihn gar nicht kapiert. Ja, das Jungle mit denen ist aber an sich ganz geil. Weil du halt die... Du magst die Monster halt. Opferst dafür Leben und Mana. Und dann kannst du sie danach halt killen, ohne dass du sie hitten musst. Achso, das ist... Killt denn Ivan überhaupt? Naja, also... Jungle Monster schon. Tötet er sie? Achso! Ah! Dann pflanzt sie zu ihr. Ja, ja, ja. Ich glaube, du hast recht. Der Lore-mäßig nach macht er das, glaube ich, nicht. Ja. Amu muss... War Mitte. Ja, die will zu ihrem Red. Kommt darauf an, welche Richtung sie jetzt nimmt. Oh! Oh! Was war das denn, Jay? Mizer ist hier. Ja, ich bin tot. Oh, äh... Ich meine, die nicht hier war... Ja, die müssen hier in Red gewartet haben. Ah, shit. Ah, Colter Swoogel. Kein Mist, ne? Ja, tut mir leid. Ist das die Rache für gerade, Sip? Okay. Oh, wie heißt denn dieser Butter-Golem da? Butter-Golem? Ah! Warum sind denn hier alle? Ach, du heidige Mutter, Theresa. Nee, Theresa. Die ist woanders. Doch, die ist bei dir. Ja, ja, ja. Boah, hab ich mich erschrocken. Tiefenbespannend. Map-Awareness. Auch nur 9000. Heilige Mutter, Theresa hatte ich auch auseinandergenommen. Von Level 6, Jay? Gleich auch. Kannst du mal versuchen, einen Pfeil zu treffen, wenn ein Ding jetzt nach vorne geht. Gleich, ne? Nicht unter Tauer. Ja, egal wen. Ich glaube, er ist kaputt. Oh, shit. Du rückst dir aus. Wenn du den Pfeil triffst. Mach mal die halbe Wave back und dann mal kurz hin. Boah, die haben irgendwie gar keinen Bock. Also, ein Ding ist hier hinten oder so. Hey, lass ruhig. Aber fehlen alle irgendwie? Also, Mitte-Field, ne? Ja, ich glaub, die sind schon wieder an der Hand. Ja, okay. Sind auf dem Weg zu mir. Was ist das? Was? Ehrlich, jetzt. Ehrlich, ich war ja in den Chat. Ach du Scheiße. Ja gut, also wer ganz gerne mal in seiner Freizeit so eine kleine True Lasted Challenge macht, macht mal aibern. Dann ist auf jeden Fall absolut tiefenentspannt. Dankeschön, Chat. Ja, ich kann nicht unter Tauer. Können wir das nicht machen. Ja, kann ich auch nicht. Lass dir einfach mal hier hingehen. Lass Bram mal rauspushen da. Oh, oder so. Ja, lass dich mal kurz einmal rauspushen. Hier einmal reingehoben. Ja, komm, die bestimmt. Ich zeig Bram jetzt ne geile Strat. Pass auf. Lol, hat er mich gesilenced? Ja, warte. Wenn du jetzt Ulti triffst. Der Silenced kam glaube ich noch durch. Die Welle. Also seinen Dingens. Ich hab nicht abgebrochen. 3, 2, 1. Er muss mich gesilenced haben. Oder ich hab irgendwas. Ich kann die doch nicht haxeln, oder? Wir sind so mies. Wir sind so mies. Ich hab da nichts gesehen irgendwie. Oh shit. Nein. Nein. Komm her. Nein, das töntet mich. Dort hier. Nein. 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 Foul. Nein. Foul. Foul. Man. Ich komm nicht raus. Stopwatch. Ach komm, spiel. Dullibert. Hattest du? Alter, das ist Daisy. Nein, halt ich nicht. Der Golem hat dich geholt. Ja, Daisy. Nicht Golem. Ja, Daisy. Flipp hier noch raus. Boah, das war schon. Das war, ey. Ich fühl hier jetzt schon ein bisschen räudig. Was hat Jay-Z damit zu tun? Den hab ich jetzt erst gerafft, ne? Hat kurz gedauert, meinst du? Ganz kurz. Ganz kurz. Ach Jay, hatte doch die Stopwatch. Hast du die Vorstufe? Ja. Die brauch ich bestimmt später. Ja, aber die kannst du auch benutzen als Stopwatch, ne? Du nutzt dich das Fertige. Ach, da ist dieser... Okay. Oh, das riecht so gut. Hier, komm, schieß doch. Er ist doch gestunt. Ja. Was soll ich machen? Das soll ich gegen die vier... Nein! Über die Wand hätt sie ihn doch gehen können. Guck mal, der Tealoport kommt sogar auch noch rein. Wo waren die denn? Ja, alle im Bot-Lane. Alle fünf müssten Bot-Lane gewesen sein kurz. Warte mal bitte im Bosch. Die waren gleich shit. Dann wurde ich im Bosch. Okay, wahnsinnig. Der Mitte ist always am Roam, ja? Ja. Warum ist das denn? Die kommen von unten hoch. Oh lol. Ja, das war mein Fehler. Das war richtig schlecht gespielt, Alter. Holy shit. Ja, sorry. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass der... Oh, dammit. Ey, Sepp, freest euch die Lane. Am Tower können die besser farmen. Ja, ich will aber den Tower weghaben. Ich will aber den Tower weghaben. So, willst du vor drei switchen? Okay. Die displays will ich haben. Das wird halt hart rein in der Mitte. Brammen pusht hart. Ja, Brammen zwei. Ist schon wieder das Schild? Ja, du merkst das vielleicht nicht, aber er geht immer von der Lane weg, um anderen Leuten zu helfen. Echt, ja? Ja. Okay. Ist das schon mal gut zu wissen, dass unser Team eigentlich die Überhang hat? Das haben wir ja nicht. Aber Alper macht gar nicht wenig Schaden, ja? Wenn ich das gerade muss. Ja, ihr kriegt Amumu unten. Oh, komm, ey! Ihr kriegt auch Amumu unten. Belastend. Oh nein, Amumu kommt. Ach so. Ach so. Gut, dass das keiner gesagt hat, ey. Der war gut, ey. Wie klein ist gern. Oh, ne! Ah, jetzt machst du die hier. Wuhu! Das wird... War das close. Oh, ist nicht das erste Mal, dass das hier oben in dem Game so close. Ich glaube eher... Ja, ja. Er ist nicht so glücklich. Kann ich den nicht mal böse nehmen, ey. Das ist jetzt das zweite Mal. Was hast du auch so getan? Ja, ja, ja. Was hast du nur getan? Stopwatch hätte ich da wirklich nicht benutzen können. Das wäre Quatsch gewesen. Das wäre wasted. Bei mir ist es nicht am Tor gewesen. Ja, genau. Da ist Bram wieder. Kommst du runter jetzt? Ja, ich bin auf weg. Ich bin da. Wohin warst du ja verbrannt. Da hätte was gebracht. Ja, das hätte was gebracht. Gut. Ich hab ihn halt leider... Oh, leu. Er hat mich getroffen. Ich glaub, er will mich ulten. Ja, dann seh ich uns da doch. Die haben noch überall Worts, glaub ich. Ich glaub, die haben alles geworfen. Oh, oh! Hier ist, äh... Ja. Muss mich hier nochmal ziehen. B.C. Ja, wir können sofort Drake machen. Nee. Naja, ist grad schwierig. Würde ich, glaub ich, eher nicht machen, um ehrlich zu sein. Warum? Wie fehlst du, wenn es von der Top Lane back? Oh, Bram rückt mir grad zu viel damage mit seiner Q. Komm, Paul. Böse. Alter, ist die Tanki, der Junge, ey. Oh, oh. Ähm. Ja, komm. Wie Tanki er ist. Ähm, bitte fehlt, bitte fehlt. Oh, shit. Ja, komm. Ich hab... Alles gut, alles gut. Nee, brauchst nicht, brauchst nicht. Der hat er abgelassen. Okay, jetzt ist halt... Ich kann halt nicht so viel machen. Er push halt, äh, wie ein Weltmeister. Kann jemand deathen? Ganz kurz? Glaubt, äh... Oh, schön. Ey. Ah, haben wir Schaden bekommen. Nee, 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 lass das mal. Ach, du kannst du noch sein Ulti ziehen? Äh, nee. Ever wasted. Ich hatte immer noch die Blitzcrank-Uldi zum Farmen. Hast du den Blue-Buff gefressen, oder? Nee, ich würd den aber... Ach so, nee, ich krieg auch so die... Wollen wir swappen? Ist das Tana? Nee, ich hab keine Ulti ab. Ja, ist egal. Das Tanas ist Half-Life. Ich muss nur einmal anpupen. Du kannst ihn jetzt einsammeln, oder was? Kannst du auch machen, mir ist das wurscht. Also... Ich kenn einfach nicht. Also... Ach so, die Idee ist quasi, ich kann Camps machen. Da kann ich die One-Shoppen. Und bei Blue-Buff und Red-Buff kriegen wir beide den Buffer. Aber dafür ist es unerheblich, ob du das Camp machst oder nicht. Das heißt, du hast jetzt Blue bekommen, ja? Ja, ich hab Blue bekommen. Und du bekommst halt die XP dann in dem Moment. Wollen wir swappen? Wohin? Da, da ist mein Saha. Und noch wer, da ist noch wer. Ich hab mir gerade so eine kleine Kump-Problematik. No! Doch, aber das bricht die Ulti ab. Ja, tu. Oh, schade. Oh, meinst du bei? Natürlich treffe ich ihn nicht. Ja, du hättest nicht zu Cuddle tatsächlich ehen können, oder? Ich hatte eh noch Cooldown zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kingslayer benutzt habe. Also ich hatte mich erst gehealt, sonst wäre ich vielleicht schon früher gestorben. Das war leider noch nicht erhebend. Ey, ist das da mit Daisy Leuchte? Wirst du nicht? Oh, gut. Hä? Aber wollen wir nicht swappen? Ah, das meine mit swappen. Ja doch, dann das swappen. Sorry. Ich lauf von top. Ich geh erst mal back und chop erst mal ein bisschen. Frisst du die Cuddle eben? Die hat noch keiner gemacht. Den Cutler? Gar nicht machen, gar nicht machen. Der ist ja schon weglalaufen. Ne, 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 ne. Da ist der Cutler. Der Tower ist ja auch top lane schon fast weg. Ja, ja, den hätte ich eigentlich. Wie hast du den denn alleine da eingerissen? Ja. Du bist doch fucking Eiwan. Ja. Und nun? Wie lange musst du warten, bis du den essen kannst im Buff? Äh, 15 Sekunden. Das Skate mit Level. Also am Anfang sind es 40. Brauchst du um Hilfe? Wir gehen jetzt top, Jay. Ja, wir gehen top. Wie würdest du denn dann als Jungle anfangen? Dann mit Hilfe oder was? Weil dann dauert sie ewig. Ne, ne. Ne, ne. Ja, du bereitest halt drei Camps gleichzeitig vor. Okay. Und dann isst du halt alle. Also du hast sogar das schnellste Level 3. Wenn es vor den Scuttle Changes gab. Ich weiß nicht ob das jetzt immer noch so ist. Kann ich durch das Schild Ulten wahrscheinlich nicht, oder? Kannst du nicht? Doch, doch. Achso, das Ulten ja. Ja. Scheiße. Oh Mann. Schade. Das ist doch knapp. Der weiß genau, was ich für den Sack. Wollen wir den Drag machen? Ja. Nee, doch. Na Mumus hier. Lass mal nicht machen, bitte. Ich kann ja mal anfangen. Tristanus noch hier unten, auf jeden Fall. Geh mal kurz Backlap. Ja. Mach dir meinen. Nice. Sehr gut. Lass mal bitte ganz kurz Bram in der Ansage machen. Achso, du bist weg. Hier rin unten raus. Oh, er pusht wie ein Weltmeister. Wow. Das war nicht Wurzeltmann. Okay, wir stehen 19. was sehen. Das wird ein interessantes Game. Wer ist stark? Bram. Ja, er ist grad gut dabei. Ja, die botlen ist Mist, ne? Die swapen wieder gegen. Also, die kommen jetzt sowieso. Ja, jetzt ist egal, was wir machen. Aber wir können hier, äh, den, 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 äh, Herald können wir halt so machen. Die Anzahl der lauten Autos, die durch meine Straße fahren, ist heute sehr hoch. Ja. Was für eine Elo sind die Jungs? Also, eigentlich sind wir alle Platin. Außer Johnny, den carry'n wir als Bronze. Ne, Iron. So ein bisschen durch, ne? Käpt'n Haar. Nein, das ist echt ne gesunde Mischung aus Silber über Bronze bis hin zu, würd' ich sagen, Platin bis Diamant eher. Bei Johnny vor allem. Du warst auch Master ne kurze Zeit, ne? Ja, dieses Season aber nicht so lange. Da kann ich nicht. Willst du mitnehmen, Jay? Na, 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 na. Das sieht so aus. Mal sagen, auf mich zu euch? Wollt ihr? Habt ihr Bock? Ich will erstmal die Mitte holen, ne? Ja, dann machen wir das. Fremd du Mastard, ne? Ich pushe hier einfach 3. Oh, wie sie mich halt machen. Schönes Ding, so muss das sein. Zwei für zwei. Kann irgendwer oben helfen? Ich glaube, das wird, äh, schmerzhaft. Oh, wobei? Ja, war sehr schön. Wann hast du Huit? Zwei Ulf für ein, ja. Denk dran, du hast gleich Huit. Knall ihn ab! Nice! Sehr schön. Huch! Das war knapp. War so 3, 2, 1. Komm schon! Sorry, wenn jetzt der Greenscreen nicht mehr perfekt ist, aber mir ist zu warm. In der Mitte, Achtung, care care care, du kriegst richtig fast den Popo. Komm einfach den Tor. Johnny, Johnny, second item zu verlieren. Ocean Man! Ich habe gerade überlegen, Morelos, ähm, Oblivin draufzubauen. Ich glaube, du hast die falsche Maske. Dann bau die Antis gerade. Komm mal runter. Nee, würde ich nicht mehr. Ja, haha. Äh, was meinst du mit, du hast die falsche Maske? Das war nicht bad. Morelos baust du ja nicht daraus, sondern aus Haunting Geist. Bist du nicht zu mir gekommen? Äh, weil das hat er mich angesprochen, weil ich die Bombe umkopperte. Hä? Warum bist du nicht zu ihm gekommen? Morello war ich Oblivion Op. Also. Ja, ja. Achso, ja, ja. Ah, du willst jetzt Oblivion Op holen und dann Morelos zu finishen. Nee, 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 nee. Ich würde nur Oblivion Op kaufen, damit ich mein Magic Pen bekomme und dann gehe ich auf Sonya. Oder sehe ich einen Kill des Gegner-Teams. Nein, das ist das. Da sehe ich einen Kill des Gegner-Teams. Oh, der Bram. Ich bin einfach so greedy. Äh, Greed is real. Tanzt der gerade auf meiner Leiche? Ja, ich glaube schon. Christian. Den habe ich eigentlich anders gezogen, da oben. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder darauf kommt. Ah, ups. Ah, schön. Oh, da kommt Amumu von der Seite. Autsch. Und ich habe ordentlich Schaden gekriegt. Wir müssen noch ein bisschen raus. Ich muss mal eben hier so ein kleines Camp machen. Äh, Amumu kommt hier. Ja, ich habe einen von hier haben da, Lu. Ah, komm mal, wer hier ist? Ja, komm. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin es im Lieben. Merke ich mir. Hat läuft hier. No, es geht schon. Meine Karolje. Er könnte, glaube ich, noch mehr gehen, wenn ihr wollt. Ja, ich sehe da ganz viel. Äh, was war das? Mein PC ist stehen gewesen. Da bin ich wieder. Hallo, herzlich willkommen. Wieso? Was denn ist hinter uns? Malsa ist hinter uns. Auf geht's, Daisy. Rein da. Äh. 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 Stopwatch hat nichts gefragt. Oh, oh. Der will uns. Ne, ne. Ich habe den aufgerootet. Oh Gott. Macht der da immer noch Action? Der will uns. Nein. Äh. Äh. Der war so schildrot. Ja, nice. Läuft bei uns. Schäde. 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 Für jedermann. Das ist die beste Ulti zum Junglen. Ne. Blitzcrank, weil ich dann die passive ja bekomme. so lange. Dürm. Geil. Das ist supergut. Drake ist ab. Ja, wir sollten auch hier eigentlich nicht mehr sein, aber... Wie das ist, ne? Oh. Wie schlecht von mir passiert. Kennen ist da so. Guck mal, jetzt denken sie alle, wir sind in diesem Busch. Ne. Ja doch, lass mal in Busch gehen. Ja, das hat's alle in dem hier versteckt. Das wird nicht gut gehen. Der wird von, der wird rucken. Aber der will von hier rucken, da können wir ihn punishen. Ah. Scheiß Greeder. Okay, okay, lass mal Drake machen. Oh. 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 Hast du die gesehen, oder? Ja, voll lecker. So, dann lass mal Drake machen, ne? Ach, nee, machst du ja eh alleine. Oh, oh. Ja, wir sollten, glaube ich, alle mal nach Hause gehen und shoppen. Ja, wahrscheinlich. Nee, ich will nicht shoppen. Nix im Angebot. Hey, hey. Ich mach mein Freund nicht kaputt. Die gehen alle nach links. Ich bin tot. Nee, du bist nicht tot. Nee, du bist übertort. Oh, du bist sowas von tot. Aber ich hab vorbereitet für Jays Mega-Damage jetzt. Guckst du sie an? Oh, was? Christian dodged der Ult. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Scissor überall nen Ward hat. Also auf der ganzen Map. Das Warding-Game ist auf jeden Fall richtig gut bei denen. Der mich im... Der mich im... Oder? Livestream. Und immer on point, wo ich bin. Der Swat-Gapping. Wen hab ich da mein Schild gegeben, der mich verraten hat? Jay? Was? Ich geb dir mein Schild, weil ich denke, du tankst heldenhaft für mich. Ja, ja. Ja, ich bin weggerannt. Hast du falsch gedacht? Ich weiß nicht mal, was du kannst für Attacken. Ich weiß nicht mal, was du... Also ich weiß echt nicht. Hallo? Pikachu, mach irgendwas! Mach mal easy weg die Sau. Wieso nennst du mich Pikachu? So ist das, weil du die Attacken nicht kennst. Oh, ey, ey, ey. Mann. Weißt du? Ich hab den filmlich gesehen, wenn das ein Witz im Film ist. Ach, das ist okay. Das ist okay. Oh mein Gott. Keine Ahnung, Alter. Mann, ey. Ich mein, der Witz war jetzt nicht klasse, aber der war jetzt nicht so, dass man den so verhunzen muss. Ich weiß nicht, was bei ihm geschrieben wird dies her. Hast du noch Wort? Dann tippe ich zu dir. Bei meiner Team ist der Wähler-Fest. Hast du ein Wort? Nee, nee, hab ich leider nicht. Leider nicht. Ich tippe einfach auf die Lane, ne? Ja, ich gönn dir, Alter. Manchmal muss man Dinge tun. Oh, hallo. Du hast da ein paar Gegner übrigens. Hab ich? Nein. Wenn doch jetzt nicht alle kommen. Hallo. Oh, guten Tag. Ich sag mal, ich bin vielleicht hier ein bisschen hinterher geflogen, so. Bis in ihre Base quasi. Ah. Was machst du denn da jetzt hier? Du wirst sie doch mal in Ruhe da in ihrer Base da das verteidigen. Ey, ich... Ja, also jetzt... Okay. Oh, jetzt haben sie dich. Oh, jawohl. Falt. Shutdown hier, ne? Was ist du denn da? Ich bin halt ne kleine Kette. Machen wir in der Mitte? Machen wir auf. Ja, easy. Machen wir den. Ist es eigentlich die Lösung deines Problems? Also, dass du jetzt einfach leise bist? Ja, also hört man das drauf. Ja, Seth muss jetzt flüstern. Aber auf plus 14 geht das voll klar mit ihm. Ja, dann ist doch super. Ja, ist ja egal. Solange wir es... Oh, können wir die mal weg machen, bitte? Ja. Warte eben kurz. Ach komm, jetzt macht er sein Ulti noch für mich. Dankeschön. Wollt ihr noch die letzten Hits hier durchziehen? Wie, wie, wie... Ne, das war... Oh, das war nix. Kann man sagen. Oh, wunderschön. Oh, das war alles Absicht. Ach komm, nein. Ich hab Bram einfach mal mit der Ulti reingespringt. Ich hab Bram einfach mal mit der Ulti reingespringt. Komm her. Ah, verdammt. Traut sich nicht. Ich wollte nur den Inhibitor saven, Leute, ja? Ja, versteh ich. So, können wir oben noch abholen, ne? Wie viel CD hat das jetzt, Johnny? Äh, ich kann's jetzt aufnehmen. Okay, markierst du den Red und ich nehm' den dann? Ja. Ja. War der auch jemals Meta oder Ivan? Ja, ja. Der fünfte ist Paul. Der ist nicht Bastard ne Zeit lang. Echt jetzt? Ja, ja. Das war über die Disgusting-Meter. Das war Arndt-Meter. Dann hat der... Der Jungle hat Arndt angebaut. Also, du... Du spielst an Ivan. Du spielst... Baust das Jungle-Item nicht aus, sondern baust als erstes Arndt-Sensor, dann Redemption. Du hast den jetzt einfach gefressen? Ja. Und ich krieg den nicht? Ah, doch. Musst drüber. Und ich krieg den nicht. Brammen! Komm, kannst du dich Ulti'n lassen? Angelo? Kannst du dich Ulti'n lassen? Nein, kann ich. Oh ne, vielleicht sollten wir gehen. Warte mal. Ne, ich hab' kein Ulti. Ich mach Amumu-Ult, Leute. Wenn ich noch einmal in seine Vision komm. Ich spiel' jetzt Split-Push-Ivan, ne? Ihr macht das da. Ja. Ich bin tot. Das ist aber schon der Ding ist weg. OOCH! Was ist das denn? Was ist das denn? Angelo? Ja, ich wollte da rein. Ja, das war mein Fan. Ich weiß nicht, was da für ein Text stand. Da stand eine Million Text. Ja, der Text war... Nein, ich wollte Amumu's Ulti klauen. Nein, die Baron. Und da stand irgendein Hinweis. Aber ich weiß nicht was. Wie soll man das auch lesen, wenn er nur im Wagen steht? Nein, ich wäre auch nicht dran gekommen. Oh, ich glaub, die sind alle hier. Nein. Die coolen sind nicht zu zweit Baron. Warum nicht? Ich bin zu zweit Baron. Da steht Champion zu weit weg. Das muss da ja nicht stehen. Weißt du, die haben da gewordet? Den Bruder schon gerade gewordet. Johnny, haben die da gewordet? Nee, 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 nee. Da bist du völlig fein. Nee, da ist kein Ward drin. Gut, dann tanzen wir so lang. Mit diesem Busch garantiere ich mit meinem Namen. Ja, da ist alles safe. Mit deinem Stein, ne? Auf jeden Fall. Gleich kommt irgendwas geflogen. Nein, okay. Okay, das machen wir relativ eindeutig, Christian. Danke. Einfach nur ein Shuriken, ja? Oh, hier will ihr mal nicht haben. Das kann ich bestätigen. Ja, Sepp, machst du, ne? Gute Uldi. Kommst du noch weg? Mach mal lauter! Lauter! Sepp, warum bist du nicht zu mir gekommen? Bin ich doch! Wie da du da einfach stand! Äh, Achtung, meiser von hier. Ich bin unterwegs. Wenn ich da bin, können wir das fighten. Easy going. Ja, wunderschön. Guter Anfang. Und jetzt noch mehr. Attacke. Attacke! Attacke! Guck mal da oben. Amumu. Absolut Free. Alles Free Kids. Lauf, meine Schergen. Lauf! Ey! Was ist das denn für eine Kerne? Okay, über die Italiener Ultimate müssen wir mal ganz dringend diskutieren. Wieder eine schlechte Ult. Ja, der den Locker... Amumu musste... Ja. Ja, ich weiß, wie Ult war nicht gut. Bitte auch, um jeden Fall. Oh! Oh! Silence! Oh, das hat nix gebracht. Ähm. Ähm. Wir machen jetzt gleich ein Puppet, 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 Puppet. Wir machen nisch. Machen wir nicht Barron? Nee, wir machen nisch. Nee, wir machen nisch. Nee, wir machen nisch. Roshan. Der wird gleich langsamer, dann hab ich ihn. Was ist das eigentlich für nisch hier? Ist das nisch? Kevin. Das ist der neue nisch. Hast du Patch jetzt nicht gelesen? Kevin nisch. Ah, nice. Ja, komm, dann. Wir müssen jetzt richtig reingehen. Gut, dann. Attacke. Sie haben Daisy kaputt gemacht. Tötet sie alle. Oh mein Gott. Burn them all! Du bist in der Busch. Das ist so mies, Bramen! Ich bin leider relativ low. Oh, äh. Er macht ein Stundenglas, der Sack. Ah, Chris. Ich konnte meinst nicht nur... Schönes Ding. Oh Gott hat mich gemacht. Oh, oh. Äh, ja, wir gehen einfach mal beide in den Busch und hoffen auf das Beste, würde ich sagen. Oh, ja, hört sich gut an. Ich komm sofort. Ich mach noch in die Tower und die, in die Bay hier und alles. Ivan, hilf ihm! Hast du n Schild? Die Frage ist, ob Sepp vorher die Tower hat, bevor er das Spiel beendet ist. Ja, ich hab den Tower schon. Ich hab kein Schild. Lauf! Ich hab eine Sekunde Schild! Oh mein Gott! Was? Lol, ist das doof. Diffuse die Bombe! Ich rette dein Leben! Lauf! Das ist ja... Ich komm halt echt weg! Ja! Oh, lol! Oh! Oh, der... Die Ehrschuld war on point! Also! Juhu! We did it, we did it! Oh mein Gott! Oh ne, der ging Bram will ich eigentlich jetzt nicht auch noch. Bram, das Spiel war der aber! Wow! Wunderbar! Ah, Sauerei! Das war persönlich drin! Oh, da war... Da bram, der war im Fusch! Nee! Nice! Ach, ich will ja wieder an! Und die Minions regeln! Die Minions! Alter, Schäde! Ja, wir sollten mal ein bisschen durch wechseln, glaub ich! Findest du! Obwohl, das hätte auch entweder oder ausgehen können, aber ja! Ja, ich bin ja auch... Der Verschung, der Verschung knapp!